Also ich denke, ein neuer Mitarbeiter, wenn kommt, wenn es dem hier nicht gefällt, weiß ich nicht, wo es ihm sonst gefallen würde, weil es einfach toll ist. 14 Jahre und ich denke auch nie daran, irgendwo anders hinzugehen, welcher blöd, wenn man das mal sagen darf. Teilzeit, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder komme, dreimal die Woche. Ja, heute gehe ich wieder arbeiten. Wir wollen hier eine gute Beratung abliefern, einen guten Service allen bieten und das ist eigentlich unsere Priorität hier. Wenn man dann fertig ist mit der Beratung, dann merkt man schon, dass viele wirklich glücklich wieder rausgehen und wirklich dankbar sind. Zum einen ganz praktisch ist für uns, dass wir überall mit so einem Touchscreen arbeiten, das heißt wir müssen nicht rein die Maus und die Tastatur bedienen, sondern können ganz viel auch einfach direkt im Menü auswählen. Und was es halt ein bisschen besonders macht hier, wir müssen nicht immer für jedes Rezept zu unseren Schubladen nach hinten laufen, die Medikamente alle aus den Schubladen raussuchen, sondern wir haben so einen ganz modernen Roboter integriert in der Apotheke, der ist quasi hier hinter der großen Wand versteckt. Und wenn wir dann eben Rezepte eingeben, ein Medikament brauchen, das wird uns dann automatisch ausgespuckt von unserem Roboter. Also wir müssen es gar nicht suchen gehen, sondern haben es dann ganz komfortabel direkt in Reichweite, ohne von dem Kunden quasi weglaufen zu müssen. Das ist nicht die Chefin, die irgendwo oben steht, die in ihrem Büro sitzt und nie erreichbar ist, sondern sie hat immer ein offenes Ohr. Wenn es sogar Babysitter-Mann ist, darf ich meine Tochter mit zur Arbeit nehmen, wo gibt es denn das? Also sehr kulant, ja, doch. Herzlich willkommen in der Schlossapotheke, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Jng. 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 J nick. Jng.